Was? Man kann einen Leatherman Wave auf eine Keidegg-Scheide drauf montieren und zwar im Frontbereich. Ja, das ist möglich. Das geht aber auch mit Victorinox-Messer und wenn dir das irgendwie interessiert, sowieso und überhaupt, dann bleibt dran. Hallo und willkommen, dass du euren Rössmannschüler dabei bist. Es ist wirklich ziemlich simpel und zwar, wir haben für unsere Beaver-Serie, Survival und Bushcraft Beaver, aber auch für den Irbis und für viele andere Keidegg-Scheiden, Aufsätze gemacht, um unterschiedlichste Multitools mitzunehmen. Ganz kurz zu dem Konzept, das stehen wir selbst her, das kommt aus der Rheini-Rossmann-Werkstatt, das heißt, das produzieren wir selbst. Du kannst zum Beispiel hier einen Huntsman, Explorer, Fisherman, also diese Serie hier vorne in diese Scheide einsetzen, die du ganz einfach, das geht wirklich ganz simpel, auf die Keideggs drauf montierst und dann, ja, es wird allein halten. Es wird einfach jetzt so halten, aber um auf Nummer sicher zu gehen, vielleicht magst du mal ein Salto oder hängst Kopf über, weil du beim Fahrtschirm runtergesprungen bist, irgendwo oder so, dann weiß man auch nicht. Aber einfach, um sicher zu gehen, weil man weiß ja nicht, hier mit einem Flexi-Cord kann ich das Messer noch einmal hier unten festmachen und dann fehlt einfach überhaupt nichts mehr raus. Und hast damit die Kombination von einem Hack, Hau, Brech, Spalt, grobe Arbeitsmesser mit einem kleinen Multitool, kleine Säge, kleines Messer mit dabei, Zahnstocher etc. Das ist schon eine coole Sache, das gibt es für die Huntsman Explorer Serie und wir haben das auch für das Handyman gemacht, hier jetzt mit dem Irbis, also das gibt es jetzt für Bushcraft Beaver und für Irbis, hier das Handyman, warum? Weil einige Leute sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, das Handyman wäre perfekt, weil da habe ich auch eine Zange mit dabei und eine Pfeile und eine Wurst, schaut euch das ganz einfach an. Auf jeden Fall, auch für das oder den Handyman, weiß ich jetzt nicht genau, gibt es diesen Aufsatz, so, kannst du auch benutzen. Jetzt ist es so, dass ich Victorinox Messer großartig finde, ich finde die großartig, aber ich liebe ja auch mein Leatherman Wave. Und daher haben wir einen Aufsatz gemacht, jetzt mal für den Beaver, Bushcraft und Survival Beaver, gleichermaßen, mit dem kannst du dein Wave Plus, ob jetzt ein Handöffner, zwei Handöffner oder auch das Wave 1 hier einbringen und hast dann auch wieder beides beisammen, ein großes, starkes Messer plus Multitool-Funktionalitäten, hier dann auch wieder einer richtigen Zange, also das ist sozusagen die Idee. Jetzt kannst du natürlich sagen, hey, das finde ich großartig, aber was ist, wenn ich dann das Messer verliere? Was ist, wenn ich den Irbis verliere und mein Handyman? Dann habe ich beide Tools verloren, dann habe ich sozusagen diese Redundanz einfach nicht. Ja, das stimmt, aber wie heißt das gute alte Survival-Sprichwort? One is like none, two are like one, so irgendwie, und three like two, na wurscht. Eins ist wie keins, eines ist wie keines, zwei ist wie eins, aber am besten hast du ohnehin drei, denn dann hast du zwei. Das ist jetzt von der mathematischen Archmetik vielleicht nicht ganz korrekt, aber ja, beim Survival stimmt's. Das heißt, ich würde ohnehin raten, wenn wirklich dein Leben von einem Messer abhängt, dass du halt dann noch einmal ein kleines, zum Beispiel mit unseren All-Day-Carry-Umhängescheiden, bei dir direkt am Körper trägst. Auch das gibt's natürlich alles bei uns im Shop. Also, dahingehend, aber natürlich, es ist nicht jedermanns Sache, zwei Tools auf einem Messer zu tragen, aber das verstehe ich, und es ist auch absolut okay, wenn du das nicht willst, aber für alle jene, die sagen, wow, René, du hast mich voll angefixt, ich gebe natürlich billig Eigenwärm und einen Link in meinen Shop, dort kannst du dann die ganzen Sachen auch besorgen und abholen. Jetzt kann, aber kannst du auch sagen, naja gut, das ist schön für all diese Irbis- und Bushcraft- und Survival-Bieber-Besitzer, dass sie das da vorne haben, und was ist mit mir? Ich habe ein Cold Steel SRK. Da passt das, und das ist richtig, wahrscheinlich nicht drauf, weil die Abstände von den Scheiden, ich meine, das Cold Steel SRK hat eine andere Scheide, das ist mir auch bewusst, aber um das geht's jetzt gar nicht, die Abstände zwischen diesen Löchern, die sind immer unterschiedlich. Und das Problem ist nicht von dieser Achse hier, sondern von der X-Achse hier, dieser Abstand, die Breite der Scheide ist das Problem, und deswegen haben wir zwei weitere Aspekte. Nummer eins, wir haben eine Universalhalterung gemacht, die du seitlich auf die Keidex-Scheide raufgeben kannst. Was bedeutet das jetzt? Du kannst das Messer seitlich nehmen und montieren und auch mit unserem Flexicord sozusagen tragen. Das ist eine andere Strategie. Mir ist klar, dass das vorne für viele einfach total ansprechend ist, aber wenn es nicht anders geht, hier, das ist eine Universalhalterung, und die passt so gut wie überall bei einer Keidex-Scheide, wenn die dicke passt. Aufpassen, bei Easy-Messer, Isolar zum Beispiel, funktioniert es nicht, wobei das Isolar, das würde ich jetzt nicht unbedingt mit einem Victorinox kombinieren, aber egal, funktioniert es nicht, weil die breiter sind, aber auch da findest du alle Informationen auf meiner Webseite. Gut, das passt ganz gut, das gibt es auch für das Handsman und für das Handyman. Für das Leatherman-Tool haben wir das nicht gemacht, weil das ist einfach zu globig. Aber, und das ist jetzt der zweite Punkt, wir denken darüber nach, für Messer, die sehr beliebt sind und die von unseren Kunden, von dir, von unseren Zusehern, geliebt werden oder im Einsatz sind, auch solche speziellen Aufsteckscheiden zu produzieren. Dazu brauche ich aber deine Hilfe. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe ein Mazarin-Blablabla-Irgendwas-Messer, dann schick uns bitte ein Foto von diesem Messer und auch die genaue Bezeichnung an shop.überlebenskunst.at und wir schauen, ob wir sowas herstellen können. Also jetzt nicht individuell für dich, sondern grundsätzlich dann bei uns ins Sortiment aufnehmen und dann kannst du natürlich auch kaufen. Weil es gibt so viele Messer, tausende Messer. Und wer meinen Messer-Kanal kennt, Survival-Messer mit Rainer Ossmann, oben bei mir klicken und auch im Beschreibungstext, gebe ich da den Link dorthin, wirst du sehen, es ist eine NDI, das ist eine tausende Messer. Und wir tun uns jetzt schwer zu priorisieren, welche Messer sind da draußen wirklich gefragt. Und da ist jetzt deine Chance, uns zu schreiben, für welches Messer du so einen Aufsatz haben magst und bei uns im Shop, den wir halt anbieten sollen. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Also, wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, dann geh wieder den Link in unseren Shop. Wir produzieren das alles selbst in Österreich. Einerseits für den Handy, für das Hotline Handyman momentan, für das Huntsman und die dazugehörigen Derivate, sowie auch für den Leatherman Wave. Und wenn du uns da was unterstützend zukommen lassen willst, wir bauen da gerne so einen Teil und schicken dir das zu. Das war's. Danke, dein Rainer Ossmann und ciao, ciao.